Der große Vorteil ist mit Sicherheit, dass hier die Wege sehr, sehr kurz sind. Ob man mal einen MRT-Termin braucht, sowas ist alles unter einem Dach. Von daher geht es sehr schnell und man kann mit Sicherheit sehr viel Zeit sparen, wo man woanders eher mehrmals irgendwo anrufen müsste und mehrere Termine bräuchte. Und das geht natürlich hier hervorragend. Dirk Tenner konnte natürlich erstklassig mir bei meinem Kameinbruch helfen und bei der OP. Ohne diese OP konnte ich mit Sicherheit nicht neun Wochen später wieder am Stabhochsprung-Stab hängen und am Ende der Saison sogar 5,82 Meter springen. Und das war natürlich nur mit dieser erstklassigen Versorgung möglich vom Herrn Tenner. Und von daher bin ich ihm sehr dankbar. Ja, es ist mit Sicherheit eine Institution, die man auch weiterempfehlen kann. Und auch meine Eltern sind jetzt im Autopark schon hier gewesen, weil mittlerweile Rentner hat man hier und da auch im Zwicken. Und von daher werden die Kreise halt schon größer und ich empfehle es auch immer gerne weiter.